Ich weiß immer was zu tun, ne? Nun kann ich keine lange Weile. Ja, wie sieht es mit euch aus? Aber rein theoretisch, Essen ist ja... Essen dürfte aber nicht das Problem sein. Wie gesagt, jetzt können sie ja ruhig wachsen. Das stören uns ja nicht. Aha, also noch ein Kürbis dann. Erstmal. Und noch reichlich. Aubergine. Ach, hier noch ein Aubergine. Sorry, hab ich dich vergessen. Da in deiner Ecke. Jo. Ich hab dich vergessen. Das ist natürlich nicht nett. Aber ich glaube so richtig stört das die Aubergine aber auch nicht. Brauche ich also. Kein Schrift, das sie wissen haben. Wasser. Ach so. Ach so, wie sind sie soweit? Komplett leer, ne? Da können wir ja eigentlich alle Wasserdinger einsammeln. Und bei der nächsten Runde... Ja, und bei der nächsten Runde sammeln wir dann... Algen. Oder baue ich erstmal noch mehr Algen? Ich glaube auch. Das wäre vielleicht noch sinnvoller. Erstmal mehr solche Algen... Äh... Erzeuger zu bauen. Wahrscheinlich heißen die richtig. Guck mal, können wir ja überall noch Bäume hinstellen. Sieht ja viel schöner aus. Und macht Sauerstoff. Gleich mal noch gucken. Hatten wir hier noch irgendwas vergessen? Erst recht. Da wir ja jetzt... ... unsere Super gebaut haben... ... haben wir den Platz in den Schränken dafür ja auch wieder. Ja... Wie gesagt, wir machen jetzt... Wir pflanzen jetzt erstmal viele Bäume... ... besorgen uns viele Algen natürlich vorher... ... weil... ... haben wir ja gemerkt jetzt... ... oder ich jedenfalls... ... dass das ja witzlos ist... ... solange wir nicht tonnenweise... ... tonnenweise Algen sammeln können. Ja... ... die gehen hoch... ... die Wasserflaschen könnte ich doch hier so lange mit reinmachen, ne? Klar... ... so, das sind ja meine... ... aber die hier... ... die hier... ... so... ... okay... ... nein... ... ich öffne Wasser... ... bei Algen werden sowieso so schnell verbrutzelt... ... dass der Schrank... ... nie richtig... ... voll... ... sein wird... ... Kobalt hatte ich... ... und Silizium... ... so... ... wir müssen Algen... ... den einen See... ... da machen wir uns voll mit... ... ja... ... ja... ... wir machen uns den See voll mit... ... das sieht schon wieder aber erstmal aus... ... wie einfache... ... einfache Erze sammeln um... ... super... ... Legierung zu bauen... ... ja... ... und da... ... die brauchen ja auch... ... ein... ... Erze ohne Ende... ... also Erze sammeln... ... Erze aller Art... ... also... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 erst mal erst mal wieder verteilen nicht mehr fünf plätze frei also nicht so weg das gleich hier so agnesium noch zwei die können als wir für fünf zwei magesium Natürlich 5. 1, 2, 3, 4. Jetzt fehlt schon wieder 1. Ich bin schon wieder Kobalt. Leck mich doch am Arsch. Ist das so schwer mit Kobalt? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Was habe ich in der Schulter vergessen? Titan! Lecker mich, oh ey. Halt, zurück. So. Tor A. Titan her. Ja, jetzt haben wir den Schrank erstmal voll mit Superwiderhaben. Dann bauen wir 1 prozent pro Polizierer. Ja. Raus aus der Tasche. Am einfachsten für Blöde. Der evotiert da nichts. Du siehst genau, was du hast. Und was nicht. Ok. So. 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 Aach. Hoch. Entschuldigung. Ok. So. So. wieder sammeln, ich darf natürlich meine Sammelausrüstung nicht vergessen. So, was ist denn los, wir sammeln erstmal die eine Ecke leer, übertrieben gesagt. So, was ist das? Und jetzt kommt es noch ein bisschen. Und wie gesagt im Moment ist es ganz egal was es ist, da wo sowieso reichlich so reichlich davon brauchen. Wenn wir wirklich hier Bäumchen pflanzen dann sehen wir das hier gar nicht mehr. Aber ich schätze wenn wir dann was brauchen holen wir es sowieso nur noch aus den Extraktoren. Das sieht einfacher. Ich kann hier am Schiff wieder auffüllen mein Wasservorrat. Ja. 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 Ja.